So, willkommen. Der Short Nummer 2 des Tages. Ich zeige euch weiter meine Bestellung, die angekommen ist. Und zwar mit einem dunklen Garados. Habe ich leider für 4€ gekauft. Aktuell bei 3€, aber ist in Ordnung. Mega geil. Dann Kutomi V. Die Promo für 1,50€ circa. Dann Lepomentas. Mega gute spielbare Karte früher. Ich glaube die war unter 1€ gewesen etwa. Die Full Art Forschung des Professors, weil ich den Professor so schön einfach finde. Auch, ich glaube 1,50€ oder so. Richtig, richtig schön. Dann noch ein fliegendes Pikachu mal wieder. Dann Katapultra Prime. Richtig, richtig schön. Dann natürlich das Ogelscheini auch für 1,50€. Noch eine Promo. Ich glaube 1€. Und zu guter Letzt noch ein Summer Center V für 10 Cent. Bis morgen. Tschüss.